also das mit dem hashtag üben wir noch mal so und damit herzlich willkommen zum ersten video dieser art faq eure fragen meine antworten oder wie immer ihr es auch nennen wollte ich bedanke mich erstmal bei euch für die ganzen fragen die mir gestellt habt in dem community tab zwar und den hashtag aber das kriegt er jetzt bei den nächsten folgen hin schreibt einfach eure fragen für die nächste ausgabe schon mal unten in die kommentare rein mit dem hashtag frag stefan und dann ja bin ich sehr gespannt wir gehen sie gerade mal chronologisch durch und dann schauen wir mal was ich hier zu sagen kann also die erste frage kommt von julia julia 15 cnlp sie fragt netflix oder amazon prime ich habe kein netflix deswegen muss ich ja amazon prime sagen was ich habe viele dokus habe ich da schon gesehen sind ein paar interessante sachen mit dabei aber auf netflix habe ich gesehen gibt es auch ein paar richtig coole serien aber ich bin eher nicht so netflix süchtig wie eventuell julia keine ahnung ich bevorzuge doch amazon prime und von daher würde ich das einfach mal so beantworten dann die nächste frage oder die nächsten fragen es gibt auch leute die haben mehrere fragen gestellt finde ich auch gut und zwar der leo leo zino schöne grüße hat zunächst mal gefragt wie siehst du deine youtube aktivitäten zukünftig in abhängigkeit vom privaten oder beruflichen oder klappt es völlig unabhängig also ich mache youtube jetzt unabhängig von meinem privaten leben und von meinem beruf also ich bin ja in der guten lage dass ich momentan nicht so lange arbeiten muss immer nur bis zwei ansonsten immer bis fünf heißt also ich habe da auch mehr zeit jetzt für youtube und bin natürlich immer wieder am überlegen was könnte man machen was könnte man auch nicht machen mache ich das was ich mache richtig aber da gibt ihr mir wieder feedback und deswegen macht das auch weiterhin aber es klappt ganz unabhängig von meiner arbeit und von meinem privaten also das dazu dann hat er noch gefragt hast du noch weitere ziele bei deinem stadionbesuch und ich glaube er spielt darauf an ob ich noch irgendwelche stadien die ich noch nicht besucht habe besuchen möchte also so verstehe ich die frage ich war ja schon in ganz vielen stadien berlin hamburg wolfsburg des öfteren hannover münchen frankfurt natürlich auch in köln in dem stadion war ich ich würde gerne mal noch ins dortmunder stadion gehen in den signali duna park das ist glaube ich so ein stadion schon alleine um die gelbe wand mal zu sehen wenn irgendwann wieder zuschauer erlaubt sind das wäre glaube ich relativ cool ansonsten ja barcelona ist noch mal so ein traum so ins camp nu in london war ich ja schon wenn die stadion im stadion von arsenal von chelsea das ist schon sehr beeindruckend im fernsehen sieht es ja schon immer so groß aus aber wenn man dann mal wirklich live da im stadion ist das ist dann schon noch mal eine ecke größer dann hat er noch gefragt wie sehr achtest du auf deine ernährung auch eine sehr interessante frage da ich ja fußballer bin und sport treibe und jetzt auch momentan übungen für meinen rücken mache das mal nebenbei ja klar also ist natürlich auch mal was süßes mit dabei gar keine frage das muss man sich dann auch mal gönnen aber im prinzip halt achte ich schon auf dass ich so viel fleisch esse fisch obst gemüse sieht man ja glaube ich auch hier an mir ich bin jetzt nicht unbedingt der reiner kallmund fanboy sage ich mal ich bin eher so ein spargeltarzan ich habe einfach guten stoffwechsel glaube ich das sagen auch immer viele leute ich habe einen guten stoffwechsel und deswegen sehe ich halt so aus wie ich aussehe ist wie es ist und die letzte frage vom leo wirst du mit lewin mal ein rennen in formel 1 aufnehmen das ist auch eine interessante frage lustigerweise habe ich mich zum stand der aufnahme vor weniger als zehn minuten mit dem lewin darüber unterhalten wir haben sowas vor auf jeden fall ich möchte das dann auch öfter in live streams spielen mit euch dann zusammen also online und wir haben da auf jeden fall schon mal was ausgemacht und da kann sich leo darauf freuen und auch die anderen die sich mit f1 2020 geben wollen es wird sowohl eine f1 2020 karriere bei mir wieder geben und natürlich auch mal häufig mit anderen zusammen mal koop oder online das auf jeden fall so danke an den leo dann die nächsten fragen kommen vom eddie erdbeer gaming das freut mich auf jeden fall und zwar fragt er zunächst denkst du nicht dass du jetzt wo man nur die aufrufe sieht noch kleiner wirkt das ist immer so ansichtssache also klar die zuschauer sehen ja jetzt nicht mehr wie viele abos man hat klar wenn jetzt nur noch die zuschauerzahlen sind könnte man meinen dass das auch negativen einfluss hat aber ich finde das muss immer jeder selber bewerten ob er die gute die videos gut findet oder nicht und wenn er so gut findet dann soll er die natürlich auch dementsprechend bewerten und wenn es einem dann so gut gefällt dass man dran bleibt dann glaube ich hat jeder so einen gesunden menschenverstand um dann zu sagen hey dem lasse ich mal ein abo da und deswegen sehe ich das eigentlich nicht so dass ich es noch kleiner wirke als ich jetzt schon bin dann das coolste bundesliga stadion natürlich eintracht frankfurt als eintracht frankfurt-fan muss ich natürlich die commerzbank arena sagen die beste bundesliga saison 2010 bis heute die beste bundesliga saison ich nehme das jetzt einfach mal aus frankfurt sicht war halt einfach 2000 wenn wir nur bundesliga saison nehmen dann würde ich machen 2018 2019 wobei 2012 2013 war auch relativ geil wo armin fehn auch trainer war wo die eintracht gerade frisch aus der zweiten liga wieder aufgestiegen ist also ich würde diese beiden saison sehen 2012 2013 und 2018 2019 wenn wir jetzt mal nur von der bundesliga ausgehen wenn wir von der gesamten saison ausgehen dann natürlich 2017 2018 mit dem dfb pokalsiegern am ende nächste frage von ihm spielst du mal wieder den fußballmanager und da war ich echt auch lange überlegen ob ich mir mal diesen football manager hole denen jetzt viele zocken also nicht den normalen fußballmanager der geht ja nur bis 14 glaube ich dann muss man mit einem dlc irgendwie ja sich auf die aktuellen kader bringen aber den footballmanager das ist schon so eine idee also ich hätte auch mal wieder bock drauf auf so einen manager aber ich habe dann wieder zu viele sachen im kopf bei mir ist das immer das problem ich habe zu viele sachen im kopf und dann will ich 30 projekte auf einmal machen und dann verfalle ich wieder in alte zeiten das möchte ich eigentlich nicht so nächste frage kennst du kiles moore oder kiles moore muss ich leider verneinen den kenne ich leider nicht und seine letzte frage würdest du ins weltall fliegen wenn du die möglichkeit hättest also interessant wäre schon mal so die erde von oben zu sehen ich sehe ja manchmal wenn leute oder wenn astronauten in die luft fliegen das hat schon irgendwie was ne ist schon ein bisschen geil aber ich würde es glaube ich nicht machen ich glaube ich bleibe lieber mit beiden beinen oder mit den beiden füßen auf dem boden auf der erde sage ich mal deswegen werde ich auch in naher zukunft nicht in flugzeug steigen ich habe da so meine erlebnisse und deswegen glaube ich eher nicht dass ich die möglichkeit annehmen werde schöner voice crack auf jeden fall mal ganz nebenbei gesagt dann der lewin gerade noch gesagt gerade noch den kopf angehauen dann der lewin mit einer frage döner oder pizza was magst du mehr eigentlich beides aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste lieben das ist eine blöde frage das ist eine blöde frage ich würde dann eher glaube ich die pizza nehmen aber döner schmeckt halt auch geil man das ist eine doofe frage ich würde aber trotzdem die pizza nehmen bin ich glaube ich der meinung die pizza ist einfach geil mehr kann ich dazu nicht sagen und die letzte frage kommt vom jamie und zwar also gson mit seinem kanal hast du vor dir einen instagram account zu machen ja die lästige frage mit dem instagram account ich habe ja gesagt wenn ich bereit dazu bin wenn ich das gefühl habe ich brauche das dann werde ich auf jeden fall mir ein instagram account holen dann seid ihr auch die ersten die davon mit das mitbekommen aber ich habe zurzeit halt nicht das gefühl dass ich das brauche weil so viele fotos mache ich halt nicht oder so wahnsinnig instagram bin ich halt jetzt ebenfalls nicht glaube twitter reicht für mich das was ich da manchmal poste auch ein paar fotos da könnt ihr mir gerne folgen link steht dazu auch unten in der beschreibung da stehen wir ganz kurz vor den 400 follower macht mir die noch mal voll in dem jahr das wäre richtig richtig geil und ja ansonsten glaube ich instagram ja muss man für geboren sein habe ich so das gefühl schaue jetzt gerade noch mal ob irgendein kommentar hier reingeflutscht ist aber ich glaube eher nicht nein also ich bedanke mich an die leute die hier fragen reingestellt haben stellt jetzt auch wenn ihr noch eine frage habt über privat beruflich oder youtube mäßig mal unten mit dem hashtag frag stefan in die kommentare und dann bedanke ich mich bei euch ich hoffe euch geht es weiterhin gut lasst ein like und ein abo da und dann sehen wir uns bei der nächsten ausgabe von faq eure fragen meine antworten wieder macht's gut ciao